Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über das TCL 75P 739 Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 75 Zoll. Bildschirmauflösung 3840 x 2960 Pixel. Dieses Modell verwende eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Direct-LED-Hintergrundverleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50-60 Hertz. Verbesserter Kontrastfarben und Details Der neueste Standard für 4K-UHD-Inhalte ist High Dynamic Range. Er erweitert sowohl den Kontrast als auch den Farbbereich erheblich. HDR reproduziert präzise, helle und dunkle Farbtöne mit präzisen Farben und schwindenden Bilddetails. Der TCL P73-Serie 4K HDR-Fernseher ist mit Dolby Vision ausgestattet, um hellere und dunklere Farbtöne zu erleben, wobei alle feinen Details erhalten bleiben. Breites Farbspektrum – die Farben des Kinos Entdecken Sie die unglaubliche Vielfalt an intensiven und ultrarealistischen Farben des digitalen Kinos in Ihrem Wohnzimmer. Dank des breiten Farbraums, der 30% reinere und sattere Farben als herkömmliche LED-Bildschirme wiedergibt. 5 Ruckelfreies Bild und verbesserte Bewegung Bei schnelllebigen Aktionen wollen Sie keine Details verpassen. Der firmeneigene Software-Algorithmus von MEMC TCL leistet ganze Arbeit, wenn Sie sich Sport oder rasante Sendungen oder Filme ansehen. Er reduziert die Unschärfe der Bewegungsdarstellung und sorgt dafür, dass Bewegungsspuren auf ein Minimum reduziert werden. Ihr Seherlebnis wird immer kristallklar sein, egal ob die Quelle 50 Hz oder 60 Hz hat. 5 Ruckelfreies Beeindruckendes HDR unabhängig von der Quelle Es gibt viele Möglichkeiten, die beste 4K-HDR-Bildqualität auf dem Fernseher zu erhalten. HDR10, HDR-HLG, HDR Dolby Vision – dieser TCL-Fernseher unterstützt Sie alle. Stellen Sie sicher, dass Sie die maximale Kapazität Ihres 4K-HDR-Fernsehers voll ausschöpfen können. Egal, ob Sie Dolby Vision-Inhalte auf Netflix, Disney Plus oder HDR10-Inhalte auf Amazon Prime Video genießen. Dieser 4K-HDR-TCL-Fernseher wird immer das beste Format unterstützen. Ihr optimiertes Spielerlebnis Für Gamer ist ein reaktionsschneller Fernseher genauso wichtig wie ein Fernseher mit einem guten Bild. HDMI 2.1 gewährleistet die Kompatibilität mit den neuesten Spielkonsolengenerationen und ermöglicht Funktionen wie ALLM, Auto Low Latency Mode. ALLM ermöglicht, dass der Videospielkonsole oder der PC-Grafikkarte den Fernseher automatisch in den Spielmodus zu schalten, um eine super schnelle TV-Eingabe-Verzögerung von unter 15 Millisekunden zu erreichen. Die Farbe des Fernsehers ist ein gewürsteter Silber. Er wiegt 13,5 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 122,6 cm in der Breite, 70,4 cm in der Höhe und 4,4 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x300 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von E. Es ist außerdem großzertifiziert. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 89 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Hochwertiges und elegantes rahmenlose Design. Kein Rahmen auf der Vorderseite für einen größeren Bildschirm und mehr Bilder die Sie lieben. Auf der Rückseite des Fernsehs befinden sich folgende Anschlüsse. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Ethernet RJ45, 2x HDMI 2.0, 4-2-2-2, 1x Satellite-In, F-Type, 1x AV Composite-In, 3,5mm Jack, 1x Optical Audio Out, 1x 3,5mm Audio Out, 1x Antenna RF Female, 1x CL Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.1. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über Earhack einen Fernseher angeschlossen werden. Um sie herum fließt ein lebendiger, bewegter Klang. Klang hat noch nie so gut geklungen. Spüren Sie eine tiefere Verbindung zu den Geschichten und der Musik, die Sie lieben, mit einem Klang, der sich mit atemberaubendem Realismus um sie herum bewegt. Dolby Atmos fängt die Bewegung jedes Objekts realistisch ein und bietet 360 Grad Surround Sound. Zusammen mit der Dolby Vision Bildqualität entsteht ein wahrhaft kinoreifes Erlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Google TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedenen Anwendungen und Streaming-Dienste. Alexa lässt ihre Stimme ihre Welt steuern. Alexa lebt in der Cloud und wird immer intelligenter. Beten Sie Alexa Musik abzuspielen, die Nachrichten zu hören, das Wetter abzufragen, die Lautstrecke des Fernsehers einzustellen, den Fernsehkanal zu wechseln, ihr Smart Home zu steuern und vieles mehr. Ich habe die Kundenrezessionen studiert. Ernsthafte Beschwerden wurden nicht gefunden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Es war einfach, den Fernseher zu installieren. Wirklich schöne Sounds. Tolle Farben. Das war's mit unserem Testbericht zum TCL 75P 739 Fernseher. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Links in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!